Sehr geehrter Herr Präsident Küsspert, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Professor Safferling, Herr Professor Göttemaker, sehr geehrte Experten, Gäste aus dem Ausland, meine sehr geehrten Damen und Herren und natürlich ein herzliches Grüß Gott an Sie, Herr Präsident Huber. Auch ich darf Sie herzlich, meine Damen und Herren, zum zweiten Symposium der Unabhängigen Wissenschaftlichen Kommission beim Bundesministerium der Justiz zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit begrüßen. Und dass wir uns hier an einem wirklich geschichtsträchtigen Ort in diesem Schwurgerichtssaal befinden, das haben Sie, Herr Küsspert, Herr Förter, ja schon eindrucksvoll auch in Ihren Grußworten uns nahegebracht. Mit der Wahl dieses Ortes wird eine weitere Brücke zum ersten Symposium geschlagen, das vor knapp einem Jahr in Berlin im Plenarsaal des Kammergerichts stattfand. Dort wirkte nämlich nicht nur der Jurist Ronan Freisler als Vorsitzender des Volksgerichtshofs im Rahmen von NS-V-Prozessen in empörender Weise und verurteilte Menschen unter Missachtung jeglicher rechtsstaatlicher Anforderungen zum Tode. Nach Kriegsende konstituierte sich genau in jenem Saal, auch das später hier im Schwurgerichtssaal fortgeführte Nürnberger Tribunal gegen die Hauptkriegsverbrecher. Beim ersten Symposium habe ich deutlich gemacht, dass die Arbeiten und Erkenntnisse der unabhängigen wissenschaftlichen Kommission, die Symposien, die Tagungen und die weiteren Forschungen nicht als geschlossene Veranstaltung oder als ausschließlich wissenschaftliche Expertenrunde wahrgenommen werden dürfen. Es geht auch darum, mit den Untersuchungsergebnissen und neuen Erkenntnissen einen weiteren kritischen Diskurs in der Öffentlichkeit zu beleben und immer wieder das Erinnern dem Vergessen, auch 68 Jahre nach Kriegsende entgegenzusetzen. Ihre rege Teilnahme am heutigen Tag, die Anwesenheit vieler jüngerer Zuhörer hier im Saal, Studentinnen, Studenten, Medieninteresse, aber gerade auch die Mitwirkung vieler namhafter Persönlichkeiten, Experten und ich darf Sie ausdrücklich, sehr geehrter Herr Bach, sehr geehrter Herr Dücks, noch einmal auch als diejenigen, die beteiligt waren, aktiv an der Aufarbeitung hier herzlich begrüßen, zeigen, dass dieses Ziel erreicht werden kann, immer wieder einen kritischen Diskurs auch in der Öffentlichkeit mit neuen Erkenntnissen und Symposien und Untersuchungen zu initiieren und fortzuführen. Und deshalb schon an dieser Stelle auch mein herzlicher Dank an Sie alle, die Sie beitragen zum Gelingen auch dieser Veranstaltung. Das Titel des heutigen Symposiums, Verantwortung der Juristen, kann durchaus in unterschiedlicher, in doppelter Hinsicht verstanden werden. Dass gerade auch Juristen unmittelbare Verantwortung für die ungeheuerlichen Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur, für Vertreibung, Verfolgung und Mord getragen haben, ist historische Tatsache. Und Sie trugen diese Verantwortung an herausragender Position. Es waren Juristen, die Gesetze formulierten, welche die Grundsätze von Rechtsstaatlichkeit durch die Ideologie des Rassismus ersetzten. Es waren Richter und Staatsanwälte, die willkürlich und unter Verletzung der Menschenwürde Ermittlungen und Verfahren durchführten und Unrechtsurteile sprachen. Sie haben ja von einem Verfahren gegen Leo Katzenberger, Herr Präsident, hier nochmal kurz eindrucksvoll berichtet. Und auch das Reichsjustizministerium war tief in den NS-Staat verstrickt. Die notwendige Klarheit darüber hat bereits im Jahr 1947 der ebenfalls in diesem Jahr von alliierter Seite durchgeführte Juristenprozess geschaffen. Nicht weniger als neun der 16 Angeklagten hatten im Reichsjustizministerium eine leitende Funktion inne. Sie alle haben damit auch einen unmittelbaren, auch persönlichen Beitrag dazu geleistet, die Justiz zu einem willfährigen Instrument der NS-Herrschaft zu degenerieren. Das Gericht attestierte den Angeklagten in seinem Urteil, ich zitiere, die bewusste Teilnahme an einem über das ganze Land verbreiteten und von der Regierung organisierten System der Grausamkeit und Ungerechtigkeit unter Verletzung der Gesetze der Menschlichkeit begangen im Rahmen des Rechts unter der Autorität des Justizministeriums. Juristen tragen nicht nur Verantwortung im Sinne von unmittelbarer Schuld oder von Verantwortlichkeit. Sie haben auch ihre Verantwortung als Organe der Rechtsordnung, der Gerechtigkeit verpflichtet zu sein, massiv verletzt. Der ehemalige Reichsjustizminister und Rechtsphilosoph Gustav Radbruch, er war übrigens der erste deutsche Professor, der nach der nationalsozialistischen Machtergreifung aus dem Staatsdienst entlassen wurde, hat aus der Kollision moralischer und rechtlicher Normen seine berühmte Formel entwickelt, wonach Recht, bei dem der Widerspruch zur Gerechtigkeit ein unerträgliches Maß erreicht, zum unrichtigen Recht wird und damit seine Geltung verliert. Denn die normative Abkehr von Humanität als, ich zitiere Albert Schweitzer, Schweitzer Fundament des Rechts, lässt dieses Buchstäbliche zum Nichtrecht werden. Die Überlegung, dass legalistisches Unrecht nicht nur keine Anwendung finden darf, sondern dieses sogar strafbewehrt sein kann, war Grundlage der hier durchgeführten Nürnberger Prozesse. Die bewusste Missachtung jeglichen Gerechtigkeitsanspruchs lässt die historischen Verbrechen und Versäumnisse der Juristen noch schwerer wiegen. Im sogenannten Dritten Reich sind etliche von Ihnen, der in Ihrer Profession begründeten Verantwortung, nicht nur nicht nachgekommen, sondern Sie haben sie mit Füßen getreten. In unserer Verantwortung liegt es, meine Damen und Herren, an diese Geschehnisse der Vergangenheit nachhaltig zu erinnern, sie auch heute, 2013, aufzuarbeiten, denn wir sind da noch längst nicht am Ende, sie wachzuhalten und auch bis heute daraus Lehren für die Gegenwart und die Zukunft zu ziehen. Dass die Mehrheit der unter 30-Jährigen mit dem Begriff Auschwitz mittlerweile nichts mehr anzufangen weiß, fordert uns ganz besonders. Laut einer vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegebenen Untersuchung gibt es bei etwa einem Fünftel der Bevölkerung in Deutschland einen latenten Antisemitismus. Die Zahl der Ermittlungsverfahren, die wegen rechtsextremistischer oder fremderfeindlicher Straftaten eingeleitet wurden, lag allein im Jahr 2011 bei knapp 20.000. Die rechtsextremistische Szene umfasst nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes zurzeit etwa 26.000 Anhänger und nicht zu vergessen, es gelang einer Gruppe rechtsextremer Gewalttäter des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes über ein Jahrzehnt lang in unserem Land, in Deutschland, unfassbare Verbrechen zu begehen. Dass nationalsozialistisches Gedankengut noch immer fortlebt, bleibt damit eben ständige Herausforderung für die gesamte Zivilgesellschaft und fordert sie, sich einzumischen, zu mahnen, aufzuklären. Aus der Mitte der Gesellschaft muss das Aufkommen dumpfer Ressentiments immer wieder, möglichst von Anbeginn an, bekämpft werden. Natürlich haben auch die Politiker und demokratischen Parteien ihre Verantwortung. Fremdfeindliche, nationalistische Töne haben in politischen Auseinandersetzungen wirklich nichts verloren. Den Kampf gegen Vorurteil und Intoleranz glaubwürdig führen zu können, setzt aber auch die Bereitschaft voraus, sich immer wieder dem Umgang mit der eigenen Vergangenheit zu stellen. Und daran mahnen die vergangenen Tage nochmal in besonderer Weise. Erst letzte Woche, 30. Januar, jährte sich der Tag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten zum 80. Mal. Die Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler am 30. Januar 1933 war Auftakt einer zwölf Jahre währenden Herrschaft der Barbarei. Seit der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau sind 68 Jahre am 27. Januar vergangen. Wir haben vor wenigen Tagen in ganz Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Und wer die Gedenkfreier im Deutschen Bundestag verfolgt hat, konnte sich die Eindringlichkeit der Schilderung der mittlerweile 90-Jährigen in der NS-Zeit verfolgten Journalistin und Autorin Inge Deutschkron nicht entziehen. Sie sprach darin auch einen Satz, der die Wichtigkeit und die Bedeutung der Arbeit der unabhängigen wissenschaftlichen Kommission nicht besser hätte zum Ausdruck bringen können. Sie sagte, es gelte, die Wahrheit zu wissen, die ganze Wahrheit. Denn solange die Frage Rätsel aufgibt, wie konnte das fürchterliche Geschehen, ist die Gefahr nicht gebannt, das Verbrechen ähnlicher Art die Menschheit erneut heimsuchen. Zitat Ende. Allein der ständige Rückblick, die immer neue Befragung aus der Gegenwart heraus, lässt uns die Funktionsweise der Diktatur und die daraus folgende Verantwortung begreifen. Dabei reicht es nicht aus, sich nur mit den Jahren des Nationalsozialismus selbst oder mit den unmittelbaren Ausprägungen seiner Unrechtsjustiz zu beschäftigen. Gerade in der Anfangszeit der jungen Bundesrepublik Deutschland konnten sich etliche, die zuvor das NS-Regime mitgetragen oder geduldet hatten, stillschweigend in das neue System einreihen, getragen von dem Willen, ein Schleier des Schweigens über das Vergangene zu legen und das unbegreifliche Ausmaß des Verbrechens vergessen zu machen. Ehemalige Nationalsozialisten übten weiterhin den wichtigen staatlichen und gesellschaftlichen Positioneneinfluss aus und schützten sich gegenseitig vor dem Zugriff rechtsstaatlicher Justiz, auch mit einer Ursache, warum es nicht mehr Verurteilungen gegeben hat. Der zum Teil ungeheuerliche Umgang mit aus dem Exil zurückkehrenden Opfern des Naziterrors wurde zuletzt sehr eindrücklich in dem Roman Landgericht von Ursula Krechel geschildert, der vor kurzem den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Gerade ein Ministerium, meine Damen und Herren, dem in der Nachkriegszeit die Aufgabe zugefallen war, den Rechtsstaat aufzubauen und das bis heute als Verfassungsressort Garant der Rechtsstaatlichkeit ist, steht in der Pflicht, sich der eigenen Vergangenheit im Ministerium zu stellen und auch diese seine Geschichte vorbehaltlos aufzuarbeiten. Als der Hauptankläger Telford Taylors am 5. März 1947 in seiner Eröffnungsrede zum Nürnberger Juristenprozess forderte, zitiere, der deutsche Tempel der Gerechtigkeit muss wieder eingeweiht werden, Zitat Ende, war ihm vielleicht nicht bewusst, wie mühsam und langwierig der Prozess des Wiederaufbaus einer Justiz, die als unabhängige Kraft, als dritte Gewalt, Vertrauen entgegengebracht werden kann, sein würde. Ich hoffe, dass die Arbeit der unabhängigen Kommission, die Forschungsergebnisse und auch das heutige Symposium dazu beitragen, auch das Vertrauen in Rechtsstaat und Demokratie weiter zu festigen. Seit über einem Jahr nimmt sich die unabhängige Kommission nun bereits der schwierigen Aufgabe an, die personellen und sachlichen Kontinuitäten des Bundesjustizministeriums der 1950er und 60er Jahre auszuleuchten. Zu den vielen Fragen, etwa zum Umgang der Beschäftigten NS-Vorbelasteter, zum Ausmaß ihrer Verstrickung oder zu den Auswirkungen auf ihre Arbeit und die Gesetzgebung, sind als unmittelbare Folge der laufenden Untersuchungen bereits zahlreiche neue Fragen und Aspekte hinzugetreten. Und es gibt offenbar auch erste interessante Forschungsergebnisse. Herr Professor Safferling hat sich anhand von Personalakten, Unterlagen und Vermerken den internen Umgang des Bundesjustizministeriums mit einem prominenten, tief in NS-Unrecht verwickelten und bis weit in die 60er Jahre im Ministerium Beschäftigten genauer angesehen. Ich bin gespannt auf die Erkenntnisse, die Sie uns, Herr Professor Safferling, schildern werden. Aber lassen Sie mich zuvor noch meinen ausdrücklichen Dank an Sie, Herr Professor Götter-Macker, und Sie, Herr Professor Safferling, aussprechen. Und zwar nicht nur dafür, dass Sie die Leitung der unabhängigen wissenschaftlichen Kommission übernommen haben, sondern vor allem auch für das große Engagement, mit dem Sie diese schwierige, umfangreiche und verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen. Sie arbeiten unabhängig. Wir stellen Ihnen hoffentlich all das zur Verfügung, was Sie zu der Wahrnehmung Ihres Auftrages auch brauchen. Ich danke Ihnen, Herr Präsident Küsspert, dass wir heute hier Gast sein dürfen, diesem Schwurgerichtssaal, den wir alle aus Bildern aus der Geschichte kennen und uns jetzt hier sortieren müssen. Ich bedanke mich sehr, geehrter Herr Bürgermeister, dass wir eben in Nürnberg an dieser Stelle, und vielleicht kann der ein oder andere in der Mittagspause sich auch noch hier in Nürnberg, andere geschichtsträchtige Orte ansehen sein können. Ich danke allen Ihnen, die Sie mitwirken an diesem wichtigen Thema, für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich darf jetzt Ihnen, Herr Professor Safferling, das Wort geben. Vielen Dank.